Hallo, 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 hallo. Mit rechts, hallo, 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 hallo. Mit rechts, hallo, hallo, hallo. Und zurück zu Nightshifter Jarls Reimaged. Wir waren ja letztes Mal, ja, wir haben einen Stern bekommen. Jetzt hab ich es nicht gesehen, ne? Wir haben ja letztes Mal in der Nacht 6 verkackt, aber so konnte man will dieses Mal im Jumpscare sehen, ne? Äh, äh, äh. Da werde ich es jetzt noch mal probieren. Extra Night. Yo baby, yo baby, yo, 6ix9ine. Da 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 da. Da 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 da. Das darf das nur nicht verkacken. Right. Naja. Man sollte halt immer hier bleiben. Und gucken bis sie weg sind. Und nicht wie ich das letzte Mal hier in Nacht 5. Oder das letzte Mal im letzten Part, wo ich es dann verkackt habe. Das ist schon ziemlich stressig, verstehst du? Ich bin halt ziemlich monoton, wenn man so will. Und man sollte etwas schneller sein. Keine Zeit zum Nachdenken. Also für einen Monitor hat man ja schon gar keine Zeit, würde ich sagen. Und das halt mit dem Klicken hier, da muss man halt immer... Ich habe immer so ein Problem hier, das zu treffen. Ja, das ist aber schon Stress. Ein bisschen schon, ne? Für mich. Also ziemlich warm. Muss ich dazu sagen. Ja. Das war ja er hier, ne? Rechte Tür. Leine Tür. Leine Seite. Jesus Christ. Ja. Was tue ich mir da an... ... von die 6er Nacht, ne? Voll der Hammer, ja. Der letzte, vierte Part, gell? Der vierte Part. Schicksal, voll nicht mehr, ja. Ich hab total den Überblick verloren, Leute. Total. Ah, holy moly. Jo, nicht nerven, Leute. Geh mir nicht auf den Sock, ja, weißt du das? Vielleicht wird der Papa böse, ne? Kann der Papa böse werden. Und wenn der Papa mal ein böse wird, ja. Obwohl ich ja gar kein Papa bin, ne? Gott sei Dank, ja. Das arme Kind hier. Kommt er jetzt rechts? Oder, er kommt rechts. Ich hab's doch gewusst. Man wird halt auch da, leicht nachlässig, also ich zumindest mal, weil ich bin ein Mensch, der sich so schlecht eigentlich konzentrieren kann. Das streckt mich zu arg an, sich konzentrieren, okay, so. Ich hab's doch gewusst, der kommt wieder von rechts. Der verarscht mich nämlich, weißt du? Der will mich doch nur verarschen. Im Moment kommt keiner. Ich war wohl ziemlich ruhig für die sechste Nacht, ne? Jetzt. Im Moment. Im Moment noch. Was eigentlich tun, wenn beide vor der Tür stehen? Dann hast du ja gar keinen Plan mehr, ne? Oh, ich auf keinen Fall. Ich hab's links, jo. Ja, jetzt wird's aber langsam genug hier. Ich hoffe, die Nacht ist bald rum, ja. Nee, war keiner mehr. Ist mir einfach zu... In meinem Räumchen hier, da, wo ich das alles mach, ist es einfach zu heiß. Too hot, verstehst? Für mich ist es einfach zu heiß. Ich bin einfach, äh... Gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen, ne? Muss ich mal so sagen. Aber macht nix. Ich hab jetzt ja alles gesucht, ne? Dann schick mir das auch durch, ne? Bisschen anschlagen. Ah, hau ab, ja. Ja, ich hab's wieder links. Äh, mach doch mal 6 Uhr oder so. Please, please, tell me now. Please, please, tell me now. Ach, ich hab's wieder rechts. Nur nicht verkacken, ja, verstehst? Unnötig wie das letzte Mal. Aber ich wäre der Part eh zu lange gegangen. Also haben wir das letzte Mal einen Jump Scare gesehen, ne? Den wir ja noch gar nicht hatten, ne? Aber wir haben immer einen Stern bekommen. Immer einen Stern. Aber es gibt ja nochmal was anderes, wo da gelockt ist, ne? Strike! Also jetzt haben wir 6 Nächte durchgespielt, Leute. Six Nights. Six Nights. Hallo? Enter? Die End? Er macht nix mehr. Hallo? Hallo? Der Willi... Ah, doch. Ah, er macht's von alleine. Wir haben jetzt 2 Sterne. Ich geh mal in die Extras, weil da war ja 1 gelockt, ne? Da können wir mal gucken, was das ist. 7. Nacht, oder was? Furious Animatorics Mode. Na, da gucken wir aber mal rein, oder? Zumindest mal reingucken. The Furious Animatorics Mode. The Furious Animatorics Mode. Siebenfest so, aber... The Furious Animatorics Mode. Was es jetzt zu bedeuten hat, weiß ich halt nicht mehr. Sie kommen auf jeden Fall mal. Einer kommt ja von links. Da kommt einer von rechts. Was ist jetzt daran furios? Frag ich mich. Ist im Prinzip immer das gleiche, oder? Im Prinzip ist er immer dasselbe. Jo. Ich hoffe, ich bin nicht draufgegangen. Ich hab's wieder zugefunden. Ohne zu gucken, weißt du? Ohne zu gucken ist immer scheiße. Jo. Geh fort her. Du kleiner Munchspunkie. Ja, es ist schon ziemlich deftig jetzt, ne? The Furious Animatorics Mode. Weil das ist ja absolut nicht so meine Welt. So schnell und denken und handeln und hast ja nicht gesehen. Bin ich total überfordert, weißt du? Ja, es ist schon mal ein bisschen durchatmen, ne? Ein bisschen durchatmen wäre nicht schlecht. Es kommt keiner mehr. Das ist schon von Vorteil. Kann man ein bisschen relaxen, oder? Aber kommt nicht mehr. Wenn ich mich nicht bewege, kommt, glaube ich, keiner, he? No one is coming. Wie man so schön sagt, ne? Es verleitet jetzt, in die Kamera zu gehen. Was? Aber es kommt der Kleine von rechts. Er kommt ja von rechts. Ich habe doch den... Ballonenverschnitt für Arme nur gesehen. Er ist links. Das ist unfair. Ich habe mit einer ganz anderen Seite gerechnet. Ich habe mit einer ganz anderen Seite gerechnet, hier. Mach hin, Traudl. Naja. Aber wir können sich ja gerne selber mal runterladen. Und selber mal probieren. Verstehst du? Die sieben Nächte durchspielen. Könnt man ja dann in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch geschafft habt. Aber normalerweise dürfte es ja kein Problem sein, oder? Wenn ich es schaffe, dann schafft es jeder. Und dann schafft es jeder auch die Leute ohne Arme, ohne Füße, ohne Kopf. Ohne Brain. Verstehst? Also wenn ich es packe, dann... Dann ist es für jeden... Für jeden zu packen hier, ne? Denke ich doch mal, oder? Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß ja, dass ich eine Gurke bin. Dass ich schlecht bin in solchen Spielen. Ich bin ja auch ein alter... Ich bin ja auch ein alter Mann, ne? Muss man ja bedenken, ne? Da lässt sich ja echt alles nach. Die Konzentration... Die Auffassungsgabe und alles, ne? Im Alter ist das halt mal so, ne? Ihr werdet sehen. Man wird vergesslicher. Man wird anfälliger. Man wird... Ist ja anders, wo ich 20 war oder so, weißt du? Oder 30 vielleicht noch, ja. Mit 30 ging es gerade oder so. Und dann ging es bergab. Ab 30 geht es bergab. Sag ich euch. Also bei mir war es so. Ja, was denn noch? Ist aber noch da. Wir haben fünf Uhr dreißig. Five thirty. Nur nicht vergucken hier, alter Mann. Noch eine halbe Stündchen hier. Dann haben wir es durch, ne? Aber dann ist das Ende. Dann mache ich nichts mehr. Das sage ich da. Dann habe ich... Wie viele Parts aufgenommen? Vier? Vier glaube ich, ja? Strike! The furious animatronic mode survived. Dreiteinhalb Minuten. Pink slip. Named Fitzgerald. Now you are fired. Reason? Bist du gefeuert? What? Why? Wir haben drei Sterne. Wir haben drei Sterne. Ich schaue gerade mal noch hinten extra, ob da was Neues dazugekommen ist. Oder auch nicht. Man weiß ja nicht. Da kommt noch eine achte Nacht. Da haben wir es ja gefeuert. Wir können ja eigentlich unsere Sachen packen und gehen, ne? Nein. Das war die Furious Animatronics Mode. The Furious Animatronics Mode. Ja, Freunde. Wir haben drei Sterne alle sieben Nächte durchgespielt. Das war Nightshift and Geralt's Reimaged. Ich bedanke mich für heute für's Zusehen. Würde mich freuen. Wenn ihr mich da anschauen, wenn ihr mich rausgeladen habt, bitte mir werdet euch dieses Video. Schreibt was in den Kommentaren. Falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfe drücken. Press den Headbutton für den Subscribe-Mann-Channel. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Verhaut sich nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö. Bitte schön. Und fängig mit uns. Und lustige Rentner. Seht nur goodbye. Und vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. Ciao, ciao. Bye, bye.